Hallo zusammen, hier ist wieder Otsila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Asset unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guard präsentieren. Heute geht es um ein Ali-Only-Achievement und zwar um den Erfolg, wann kommt die Flut. Und für dieses Achievement müssen wir 20 Sintoreien mit einem einzigen Einsatz von Brausenflut bezwingen, während die Übergriffswelt-Quest reinigen die Flut. Und zwar finden wir diese in Nazmir, aber nur dann, wenn dementsprechend der Übergriff ist. Und wir müssen dementsprechend ein bisschen aufpassen, wann kommen die Übergriffe. Wenn die in Nazmir ist, ab mit dem Ali-Char dorthin und schauen, ob ihr die World-Quest reinigen Geflut habt. Die switchen immer so ein bisschen durch, es kann sein, dass der Übergriff in Nazmir ist, aber die World-Quest nicht da. Also da müsst ihr auch nochmal gucken, deswegen schaut da immer. Ich kann da nur ein Add-on empfehlen, es nennt sich BVA-Invasion-Timer. Da sieht man dann immer, wann die nächste Invasion ist. Das ist ganz praktisch, brauchen wir aber nicht unbedingt. Was machen wir jetzt hier? Wir klicken da dieses komische Elementar an, dass wir dort reingehen, pullen dann einfach alles hier zusammen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und müssen dann einfach einmal diese Welle einsetzen. Am besten bevor diese Maschine stirbt, weil wenn ihr so viel zusammen pullt, dann stirbt die dann auch doch mal ganz gerne. Und ihr seht, ich habe viel zusammen gepullt, einmal die Welle reingedrückt und da, das ist das Achievement. Die Schwierigkeit bei dem Erfolg ist darin, erstmal die richtige World-Quest zu kriegen, weil die Invasionen halt auch immer durchswitchen pro Zone. Und die zweite Schwierigkeit ist dann quasi, hier die Mobs zusammenzuziehen, ohne dass 10.000 andere Spieler mit draufhitten und einem die Mobs immer weghauen. Ich habe das jetzt hier zu ziemlich später Stunde gemacht, da waren jetzt wenige Leute da. Hier sind blöderweise die anderen Spieler quasi eure Feinde, also müsst ihr da so ein bisschen gucken, dass ihr so einen Moment erwischt, wo jetzt gerade vielleicht nicht so viele da sind, dass ihr euer Achievement in Ruhe machen könnt und nicht irgendwer beim Mobs zusammenziehen schon wieder euch die Mobs weghaut. Das war es eigentlich schon wieder mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.